Die Rezepte haben wir ja hier. Röpern für Carbonemiss-Sattel. Wenn wir mal eine männliche Schildkröte gezähmt haben, dann können wir da das machen. So, und hier haben wir einen Fiomia-Sattel. Kommt der da rein? Ach ja, wieso nicht? Einfach da rein. Wir haben halt keine Nachkubbären mehr. Wir müssen irgendwann mal wieder Bären sammeln. So, ähm, genau, das restliche Zeug. Oh, wir sind schon wieder überlastet. Oh, und wir müssen noch mal ganz schnell runter, Leute. Bevor wir jetzt aufhören. Okay, es geht jetzt tatsächlich wegen dem Sattel nicht. Dann kommt der Sattel da rein. Oder nein, wir haben doch leere Truhen. Kommt der Sattel da rein? So, aber ich bin nämlich gleich am Verduschten. Das heißt, wir rennen noch mal schnell runter, Leute. Und trinken. Ich hab nämlich keine Lust, dass ich dann in der nächsten Aufnahme anfange und sofort sterbe. Oh, dass wir immer noch nicht keinen Schaden bekommen. Das sieht für mich nämlich schon die ganze Zeit leer aus. Naja. Jetzt geht's nach oben. Das wäre jetzt noch eine Truhe. Aber nein, jetzt höre ich auf, Leute. Oder? Oh, das ist weg. Da vorne wäre auch noch... Nein, jetzt reicht's. Ich meine, ich streame ja schon aktiv vier Stunden, vier, ein Viertelstunden. Mit einer halben Stunde, mit einer Viertelstunde Pause davor im Stream. Eine Viertelstunde Pause während dem Stream. Also eine Viertelstunde Pause, dann zwei Stunden streamen. Eine Viertelstunde Pause und jetzt zwei Viertelstunden streamen. Also fast fünf Stunden. Für heute reicht's, glaube ich, Leute. So. Dann würde ich sagen, hoffe ich, dass es euch Spaß gemacht hat. Ich wünsche euch noch einen schönen Samstagabend, einen schönen Sonntagmorgen und eine schöne Woche. Wir sehen uns höchstwahrscheinlich wieder dann nächsten Samstag. Ciao. Ciao. Ciao.